Du hast gesagt, das kann nie passieren. Egal wie viele Cyborgs wir ausschalten, sie bauen immer neue. Die Vereinten Nationen unterstützen sie mit Truppen und Material. Zur Hölle mit ihnen! Zerstört sie, bevor sie noch stärker werden. Du wirst mich doch nicht enttäuschen, oder? Die Bomben sind fast fertig, Genosse Starlin. Die letzten Bauteile kommen heute im Luftwaffenstützpunkt Gorsov an. Wie? Mit einem LKW-Konvoi. Hier. Bewachen Sie ihn mit Ihrem Leben. Er muss nach Gorsov durchkommen. Wenn Sie versagen, kommen Sie gar nicht erst wieder.